Erstmal ist man ein bisschen nebeneinander hergelaufen. Wir sind hier in unseren Eingang rein und die sind in ihren Eingang rein. Dann sind wir auch in die Mensa. Das war schon mal in der Schlange stehen mit den Schülern. Und dann natürlich der Moment, wo man dann mal in die Schulklasse gegangen ist. Man hat ja nicht nur Patenklassen, sondern man hat manchmal auch Schulklassen besucht, um die auf einen Besuch in der Probe vorzubereiten. Und hat ihnen was erzählt über die Stücke oder was vorgespielt aus den Stücken oder so. Es gab schon auch manchmal Beschwerden, wenn ich auf dem Schulhof war und jemanden nicht gegrüßt hatte, nicht gemerkt hatte, dass wir uns eigentlich kannten. Heute in der Patenklasse, das war ja eine Gitarrenklasse, aber sie sind keine Musikklasse. Und es sollte halt kombiniert werden mit einem Rap. Das ist immer die Frage als klassischer Musiker, soll man nur klassische Musik machen oder findet gerade die Begegnung statt, wo wir auch von unserer klassischen Musik ein bisschen wegkommen und in so einen Rap kommen. Also auch etwas zu improvisieren für mich auf dem Cello ist nicht mein täglich Brot. Und von daher finde ich es persönlich auch attraktiv, mit der Patenklasse etwas zu machen, wo ich mich von meinem gewöhnlichen Umfeld entferne und eigentlich denen entgegenkomme. Und sonst, wenn ich in die Patenklasse gehe, bereite ich gerne vor, das machen wir jetzt auch nächste Woche, gehe ich nochmal hin und dann bereite ich die vor für den Besuch bei uns in der Probe. Dann sind Mendelssohn-Konzerte dran und dann ist es ganz anders. So war ich ja jetzt fast nur so ein bisschen Beiwerk, weil die Lehrerin sozusagen das Programm gemacht hat und ich habe einfach unterstützt und habe geholfen. Also meistens versuche ich das Cello irgendwie so hinzustellen, dass es überhaupt einigermaßen hält, dass sie sich vorne auf die Stuhlkante setzen und es nicht gerade mit dem Boden die Stuhlkante berührt, also dass es nicht verletzt wird, das Cello. Und den Bogen einfach in die Faust, wenn ich jetzt noch anfangen würde zu erklären, also den Daumen hier oder so, viel zu umständlich. Und dann vielleicht noch, dass sie nicht gerade hier streichen auf dem Griffbrett, so. Und dann normalerweise lasse ich erst mal, probieren sie erst mal. Das ist sehr unterschiedlich. Manche haben oft schon einen ganz sonoren Klang und andere wollen gleich ganz forsch loslegen. Und andere wollen gleich hier greifen und wundern sich, dass es nicht gleich funktioniert. Und ja, manchmal stelle ich mich dann eben so nach hinten und spiele irgendein Lied, so dass sie trotzdem mit dabei sind, also dass sie irgendwie fühlen, es vibriert ja auch, man berührt ja das Cello hier. Und das so, die Schwingungen mitkriegen, unterschiedlich.